Herzlich Willkommen in Ihrem Globus Kaiserslautern. Bei uns bekommen Sie Produkte des täglichen Bedarfs, aber auch Spezialitäten aus der Region und aus der ganzen Welt. Günstiger als wir ist garantiert keiner. Das versprechen wir Ihnen mit unserer Bestpreisgarantie. Bei uns können Sie Verkostungen machen, Sie können Vorbestellungen aufgeben und Sie können an Kundenseminare teilnehmen. Wir pflegen noch intensive Beziehungen zu unseren Lieferanten direkt hier vor Ort und stellen Produkte selbst her. Unsere Eigenmarken unterliegen besonderen Qualitätsbestimmungen. Von daher sind Sie auf einem sehr hohen Qualitätsniveau. Ich lade Sie nun recht herzlich ein auf eine Rundreise durch Ihren Globus Kaiserslautern und wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Sie erhalten an unserer Information Präsentkörbe für jeden Anlass. Gerne gestalten Sie Ihre Präsentkörbe nach Ihren Wünschen. Die Höhe des Betrages bestimmen Sie. An unserer Post-Service-Station können Sie Ihre Briefe und Pakete Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr aufgeben. Von morgens bis abends knusprig frisch. In unserer Meisterbäckerei wird den ganzen Tag gebacken. Eine leckere Vielfalt an Brötchen, Broten und feinsten Konditoreiwaren. Dazu verwenden wir nur ausgesuchte Getreidesorten, hochwertiges Mehl und beste Zutaten. Hallo in unserer Meisterbäckerei. Wir legen besonderen Wert aufs Service. Sie können bei uns kostenlos Ihr Brot schneiden und alle Leckereien umsonst probieren. Hier wird Käse zum Erlebnis. Feinschmecker sind von unserer Käseauswahl von fast 400 Sorten begeistert. Vom mild bis würzig in bester Qualität und dazu eine Auswahl an original französischen Tretär-Spezialitäten. Käse aus unserer Hauskäserei Herzweiler und Antipasti. Überzeugen Sie sich selbst. Unsere geschulten Fachverkäufer laden Sie jederzeit gerne zu einer Kostprobe ein. Zu der einzigartigen Auswahl an der Globus Fischtheke gibt es auch Köstlichkeiten aus eigener Herstellung. Und für alles gilt, frisch gefangen, frisch gekühlt und von erfahrenen Mitarbeitern strengstens auf Qualität geprüft. An unserer Globus Fischtheke erhalten Sie nicht nur Frischfisch, sondern auch leckere Räucherfisch-Spezialitäten und Feinkottssalate. Für sie bis zu zehnmal die Woche frisch geliefert. Erleben Sie Fleisch und Wurst in bester handwerklicher Tradition. Genießen Sie täglich frisch produzierte Wurst- und Fleisch-Spezialitäten aus eigener Herstellung. Unser Fleisch wird frisch kontrolliert und überwacht auf Fütterung und Aufzucht. Einzigartig in Preis und Geschmack ist das Globus Fleischkäsebrötchen. Unsere riesige Obst- und Gemüseabteilung bietet Ihnen gesunde Vielfalt. Alles ist knackig, frisch und von bester Qualität. Ob aus unserer Region, aus Europa oder über See. Sämtliche Produkte kommen erntefrisch und auf schnellstem Weg in unseren Markt. Vitamine gibt es hier immer frisch. Besuchen Sie unseren Globus Markenshop. Hier finden Sie alles für ein schönes Zuhause. Geschmackvolle Dekorations-, Glas- und Porzellanartikel, sowie Haushaltswarenartikel von den Markenherstellern Fissler, Zwilling, Rösle, Zack, Nachtmann und natürlich unsere hochwertige Profikoch-Serie von Globus. Entdecken Sie die Einkaufsvielfalt unserer Passage. Finden Sie Apotheker, Friseur, Optiker, Reisebüro und sogar die Modeläden Adler, Esprit und S. Oliver. Das große Globus Restaurant mit über 200 Sitzplätzen ist täglich preiswert und mit gut bürgerlicher Küche für Sie da. Möchten auch die mal hinter die Kulissen schauen? Ja, dann kommen Sie zu unserem Kläsern im Globus. Natürlich kostenlos. Dann kommen Sie mal mit. Wir sind von Montags bis Samstags von 8 bis 22 Uhr für Sie da. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.globus-kaiserslautern.de Das Globus Team Kaiserslautern freut sich auf Ihren Besuch. Das Globus Team Kaiserslautern freut sich auf Ihren Besuch. Das Globus Team Kaiserslautern freut sich auf Ihren Besuch.